Na Jungs, alles fit? Du Digga, alles im grünen Bereich. Bei dir auch oder was? Bei mir ist alles bestens. Ey Flo, Digga, da musst du mitmachen! Whiskabasser gibt euch die Chance, kommt wieder! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Ja okay, jetzt reicht's auch wieder. Ey Jungs, da muss ich mitmachen. Da muss ich mir irgendwas geiles einfallen lassen. Das ist so ne geile Chance, da muss ich die nutzen. Ja, man macht das unbedingt, man. Nein! Denn die Mund halten jetzt, Dankeschön. Ja, hast du schon irgendeine Idee oder so? Ne, nicht wirklich, ich hab irgendeine Idee. Ich hab gar keine Idee gerade. Mach doch einfach ein Call of Duty Let's Play, so ne Stunde oder so. Nein! Doch! Ne, aber mein Ansatz, Leute, irgendwas muss ich machen. Das wäre eine verschenkte Chance. Ja Digga, aber weißt du was, du hast ein Problem. Ja genau, dein Pickel. Der ist ganz schön eklig. Nein! Ach Digga, dein Akzent, das ist doch mein Akzent. Hä? Was stelle ich denn an meinem Akzent? Siehste, du hättest sagen können, was stört dich an meinem Akzent? Was stört dich an meinem Akzent? Ja genau, so viel besser. Gut, dann hätten wir das Problem schon mal aus der Welt geschafft. Mhm, fehlt nur noch der Pickel jetzt. Und wenn ein Burst deine M-Macht verlässt, dann nur, damit du die Triple empfängst. Durch die Wand und das dichteste Gehäst, damit dein Name dich nicht mehr verlässt. Nee, das kannst du nicht. Nee, 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 nee. Doch! Nein! Mensch, denn jetzt halt endlich die Klappe. Oder Digga, du machst was richtig, richtig Episches. Kennst du diese Car-Porns? Ich mein, du hast jetzt keine geile Kiste, aber du könntest ja irgendwas anderes nehmen. Weiß ich nicht, für einen anderen Gegenstand, das wird bestimmt auch richtig gut ankommen. NIE Nee, auch nicht so das wahre Gehen. Macht doch einfach Minecraft Campus-L afford das kommt auch im M-M-Com-Un repleniert. So, jetzt reicht's mir. Sieh zu, dass du rauskommst. Ah, okay. Michi, wir müssen auch langsam in den Titten klatschen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Einsendeschluss ist... Digga, oder was hältst du von so einer kleinen Montage? Barca ist ja ein richtig guter Spieler. Da wird eine Montage auch, glaube ich, richtig geil ankommen. Alter, du musst da schon vernünftige Musik im Hintergrund packen. Besser? Vergiss es einfach, das brauchst du auch nicht machen. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass du immer du selbst bleibst. Das ist eigentlich so das A und O, würde ich sagen. Lange Zeit wusste ich nicht, ob ich überhaupt etwas gut kann. Ich war nicht der Sportlichste. Ich war nicht der Witzigste. Ich war nicht der Hübscheste. Ich war nicht der Geilste. Weißt du was, vergiss das auch einfach ganz schnell. Vielleicht solltest du einfach wirklich ein COD-Let's Play machen. Nein, doch. Jetzt riecht mir das ab.